Moin Moin, wir sind mit Dan Ichi aus Eislinge an der Filz und wir befinden uns hier in Bella Italia in Kalabrien am Mittelmeer, um unser Versprechen einzulösen. Wir hatten auf unserer letzten Tour unsere Freunde von Oceancare mit dabei, mit einem Stand und unsere Konzeptbesucher konnten Fotos, die sie machen lassen. Wir haben versprochen, für jedes Foto, das gemacht wird, eine Minute lang Plastikmüll aus dem Ozean zu holen und das machen wir jetzt. Die Sonne, die wir jetzt haben, bis zum Ozean zu holen und das machen wir jetzt. Musik Wir haben mal wieder leider ganz schön viel Zeugs gefunden, wo man merkt, in so einem schönen Ort gehört sowas nicht hin und das ist einfach tragisch. Wir sind sehr froh, dass wir zusammen mit Ocean Care die große Eye Care Kampagne gegen Plastikmüllverschmutzung an den Start bekommen haben. Am 21.9. ist der große World Cleanup Day. Macht alle auch mit, der World Cleanup Day ist eine tolle Chance, dass ihr euch auch beteiligt, euren Beitrag leistet. Aber ganz wichtig, packt wirklich das Problem an der Wurzel, vermeidet Einwegplastik, wo ihr noch könnt. Es gibt tolle Tipps bei uns auf der Webseite, unter Eye Care findet ihr da Alternativen. Und ja, wir sind alle ein Teil des Problems, aber auch der Lösung, also packt mit an. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020